Hallo, in dieser Lektion wirst du dein Hörverständnis auf Deutsch testen. Du wirst zuerst einen Satz auf Deutsch hören und dann kannst du ihn lesen. Viel Spaß und viel Erfolg! Wie geht es dir? Wie geht es dir? Wie geht es dir? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wie machst du das? Wie machst du das? Wie machst du das? Wie viel kostet das? Wie viel kostet das? Wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich? Wie lange dauert es? Wie lange dauert es? Wie lange dauert es? Wie viele Menschen sind dort? Wie viele Menschen sind dort? Wie viele Menschen sind dort? Wie oft gehst du dorthin? Wie oft gehst du dorthin? Wie oft gehst du dorthin? Wie ist das Wetter? Wie ist das Wetter? Wie ist das Wetter? Wie buchstabiert man das? Wie buchstabiert man das? Wie buchstabiert man das? Wie heißt du? Wie heißt du? Was machst du? Was machst du? Wie spät ist es? Wie spät ist es? Wie spät ist es? Was magst du? Was magst du? Was magst du? Welche ist deine Lieblingsfarbe? Welche ist deine Lieblingsfarbe? Was bedeutet das? Was bedeutet das? Was bedeutet das? Was möchtest du? Was möchtest du? Was möchtest du? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Worüber sprichst du? Worüber sprichst du? Worüber sprichst du? Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Wo bist du? Wo bist du? Wo wohnst du? Wo wohnst du? Wo ist das Badezimmer? Wo ist das Badezimmer? Wohin gehst du? Wohin gehst du? Wohin gehst du? Wo ist mein Handy? Wo ist mein Handy? Wo ist mein Handy? der nächste Laden. Wo ist dein Handy? Wo ist dein Handy? Wo ist dein Handy? Wo arbeitest du? Wo hast du das gekauft? Wo treffen wir uns? Wo hast du das gelernt? Wo hast du das gelernt? Wann hast du Geburtstag? Wann hast du Geburtstag? Wann hast du Geburtstag? Wann gehen wir los? Wann gehen wir los? Wann kommst du? Wann kommst du? Wann beginnt der Film? Wann beginnt der Film? Wann beginnt der Film? Wann hast du Zeit? Wann hast du Zeit? Wann hast du Zeit? Wann bist du angekommen? Wann bist du angekommen? Wann können wir uns treffen? Wann können wir uns treffen? Wann können wir uns treffen? Wann war das? Wann war das? Wann kommt der nächste Bus? Wann kommt der nächste Bus? Wann wird es fertig sein? Wann wird es fertig sein? Wann wird es fertig sein? Wann ist es kurz zu spät? Warum bist du zu spät? Warum bist du zu spät? Warum ist es so teuer? Warum magst du es? Warum bist du traurig? Warum bist du traurig? Warum bist du traurig? Warum bist du traurig? Warum lachst du? Warum regnet es? Warum regnet es? Warum hast du das gemacht? Warum hast du das gemacht? Warum hast du das gemacht? Warum kommst du nicht? Warum kommst du nicht? Warum bist du hier? Warum bist du hier? Warum bist du hier? Wer bist du? Wer bist du? Wer ist dein Freund? Wer ist dein Freund? Wer ist dein Freund? Wen hast du angerufen? Wen hast du angerufen? Wen hast du angerufen? Wer kommt? Wer kommt? Wer kommt? Wer hat das gemacht? Wer hat das gemacht? Wer hat das gemacht? Wer hat das gemacht? Wer ist dein Freund? Wer wohnt hier? 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 Wen arbeitest du? Wen liebst du? Wen liebst du? Welche Farbe bevorzugst du? Welcher ist deiner? Welchen Weg sollen wir nehmen? Welchen Weg sollen wir nehmen? Welches Buch liest du? Welches Buch liest du? Welches Buch liest du? Welches Auto ist schneller? Welches Auto ist schneller? Welches Kleid soll ich anziehen? Welches Kleid soll ich anziehen? Welches Kleid soll ich anziehen? Welche Mannschaft hat gewonnen? Welche Mannschaft hat gewonnen? Welchen Film möchtest du sehen? Welchen Film möchtest du sehen? Welchen Film möchtest du sehen? In welcher Stadt lebst du? In welcher Stadt lebst du? Welches Essen magst du am meisten? Welches Essen magst du am meisten? Wessen Tasche ist das? Wessen Tasche ist das? Wessen Telefon klingelt? Wessen Telefon klingelt? Wessen Rede war das? Wessen Idee war das? Wessen Auto steht draußen? Wessen Auto steht draußen? Wessen Schuhe sind das? Wer ist dran? Wer ist dran? Wessen Buch hast du ausgeliehen? Wessen Buch hast du ausgeliehen? Wessen Hund bellt? Wessen Hund bellt? Wessen Haus ist das? Wessen Haus ist das? Auf wessen Seite stehst du? Auf wessen Seite stehst du? Auf wessen Seite stehst du? Wie viel für nicht zählbare Dinge? Wie viel für nicht zählbare Dinge? Wie viel für nicht zählbare Dinge? Wie viel Wasser brauchst du? Wie viel Wasser brauchst du? Wie viel kostet es? Wie viel kostet es? Wie viel Zeit haben wir? Wie viel Zeit haben wir? Wie viel Zucker möchtest du? Wie viel Zucker möchtest du? Wie viel Zucker möchtest du? Wie viel Milch ist noch übrig? Wie viel Milch ist noch übrig? Wie viel Geld hast du? Wie viel Geld hast du? Wie viel Geld hast du? Wie viel Mühe hat es gekostet? Wie viel Mühe hat es gekostet? Wie viel Mühe hat es gekostet? Wie viel ist genug? Wie viel ist genug? Wie viel Wein sollten wir kaufen? 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 Wie viele Äpfel hast du? Wie viele Leute kommen? Wie viele Bücher hast du gelesen? Wie viele Bücher hast du gelesen? Wie viele Autos sind da? Wie viele Autos sind da? Wie viele Autos sind da? Wie oft warst du hier? Wie oft warst du hier? Wie viele Freunde hast du? Wie viele Freunde hast du? Wie viele Länder hast du besucht? Wie viele Länder hast du besucht? Wie viele Stunden arbeitest du? Wie viele Stunden arbeitest du? Wie viele Stunden arbeitest du? Wie viele Kinder hast du? Wie viele Kinder hast du? Wie viele Tage wirst du bleiben? Wie viele Tage wirst du bleiben? Wie viele Tage wirst du bleiben? Wen hast du gesehen? Wen hast du gesehen? Mit wem sprichst du? Mit wem sprichst du? Wen sollte ich kontaktieren? Wen sollte ich kontaktieren? Wen haben Sie eingeladen? Wen haben Sie eingeladen? Wen haben Sie eingeladen? Wem vertraust du? Wem vertraust du? Wem vertraust du? Wem glaubst du? Wen hast du gestern angerufen? Wen hast du gestern angerufen? Wen triffst du später? Wen triffst du später? Wen triffst du später? Wem gehört das? Wen hat sie geheiratet? Wen hat sie geheiratet? Wen hat sie geheiratet? Wie weit ist es bis zum nächsten Laden? Wie weit ist es bis zum nächsten Laden? Wie weit ist dein Haus von hier entfernt? Wie weit kannst du laufen? Wie weit kannst du laufen? Wie weit kannst du laufen? Wie weit bist du gereist? Wie weit bist du gereist? Wie weit bist du gereist? Wie weit ist es zum Strand? Wie weit ist die Schule von deinem Zuhause entfernt? Wie weit ist der Flughafen entfernt? Wie weit ist der Flughafen entfernt? Wie weit ist der Flughafen entfernt? Wie weit kannst du sehen? Wie weit kannst du sehen? Wie weit sind wir vom Stadtzentrum entfernt? Wie weit sind wir vom Stadtzentrum entfernt? Wie weit sind wir gelaufen? Wie weit sind wir gelaufen? Wie weit sind wir gelaufen? Wie lange bist du schon hier? Wie lange bist du schon hier? Wie lange bist du schon hier? Wie lange dauert es? Wie lange dauert es? Wie lange wirst du bleiben? Wie lange wirst du bleiben? Wie lange wirst du bleiben? Wie lange dauert der Film? Wie lange dauert der Film? Wie lange dauert der Film? Wie lange dauert der Flug? Wie lange dauert der Film? Wie lange dauert der Flug? Wie lange kennst du ihn schon? Wie lange kennst du ihn schon? Wie lange dauert das Treffen? Wie lange dauert das Treffen? Wie lange dauert es zu kochen? Wie lange dauert es zu kochen? Wie lange kannst du warten? Wie lange kannst du warten? Wie lange lernst du schon Englisch? Wie lange lernst du schon Englisch? Wieso bist du zu spät? Wieso bist du zu spät? Wieso hast du nicht angerufen? Wieso hast du nicht angerufen? Wieso wusstest du das nicht? Wieso wusstest du das nicht? Wieso haben sie dich nicht eingeladen? Wieso kommst du nicht? Wieso kommst du nicht? Wieso kommst du nicht? Wieso hat sie nichts gesagt? Wieso hat sie nichts gesagt? Wieso ist es so billig? Wieso ist es so billig? Wieso bist du so müde? Wieso bist du so müde? Wieso bist du so müde? Wieso ist er so ruhig? Wieso ist er so ruhig? Wieso sind sie so früh gegangen? Wieso sind sie so früh gegangen? Wie groß bist du? Wie groß bist du? Wie groß bist du? Wie hoch ist das Gebäude? Wie hoch ist das Gebäude? Wie groß ist dein Bruder? Wie groß ist dein Bruder? Wie groß ist dein Bruder? Wie hoch ist der Baum? Wie groß kannst du werden? Wie groß kannst du werden? Wie groß kannst du werden? Wie hoch war der Berg? Wie hoch war der Berg? Wie hoch war der Berg? Wie hoch ist die Statue? Wie hoch war der Berg? 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 Wie groß ist dein Bruder? Wie groß denkst du? Wie groß denkst du, dass es ist? Wie groß denkst du, dass es ist? Wie tief ist das Wasser? Wie tief ist das Schwimmbecken? Wie tief ist der Fluss? Wie tief ist der Fluss? Wie tief hast du gegraben? Wie tief hast du gegraben? Wie tief ist der Ozean hier? Wie tief ist der Ozean hier? Wie tief ist der Schnee? Wie tief ist der Schnee? Wie tief ist deine Liebe? Wie tief ist deine Liebe? Wie tief kannst du tauchen? Wie tief kannst du tauchen? Wie tief kannst du tauchen? Wie tief ist der Tunnel? Wie tief ist der Tunnel? Wie tief ist das Fundament? Wie tief ist das Fundament? Wie tief ist das Fundament? Wie oft gehst du ins Fitnessstudio? Wie oft gehst du ins Fitnessstudio? Wie oft gehst du essen? Wie oft gehst du essen? Wie oft besuchst du deine Familie? Wie oft besuchst du deine Familie? Wie oft reist du? Wie oft reist du? Wie oft reist du? Wie oft sollte ich diese Medizin einnehmen? Wie oft sollte ich diese Medizin einnehmen? Wie oft lernst du Englisch? Wie oft lernst du Englisch? Wie oft lernst du Englisch? Wie oft putzt du dein Haus? Wie oft putzt du dein Haus? Wie oft putzt du dein Haus? Wie oft siehst du deine Freunde? Wie oft siehst du deine Freunde? Wie oft siehst du deine Freunde? Wie oft siehst du fern? Wie oft siehst du fern? Wie oft regnet es hier? Wie oft regnet es hier? Wie oft regnet es hier? Wie oft, wie viele Male? Wie oft warst du schon in London? Wie oft warst du schon in London? Wie oft warst du schon in London? Wie oft hast du ihn angerufen? Wie oft hast du ihn angerufen? Wie oft hast du diesen Film gesehen? Wie oft hast du diesen Film gesehen? Wie oft muss ich es dir noch sagen? Wie oft muss ich es dir noch sagen? Wie oft hat sie dich besucht? Wie oft hat sie dich besucht? Wie oft kannst du das wiederholen? Wie oft kannst du das wiederholen? Wie oft kannst du das wiederholen? Wie oft ist es passiert? Wie oft ist es passiert? Wie oft hast du es versucht? Wie oft hast du es versucht? Wie oft trainierst du jede Woche? Wie oft trainierst du jede Woche? Wie oft trainierst du jede Woche? Wie oft hat es diesen Winter geschneit? Wie oft hat es diesen Winter geschneit? Wie schnell kannst du laufen? Wie schnell kannst du laufen? Wie schnell kannst du laufen? Wie schnell hast du den Test beendet? Wie schnell hast du den Test beendet? Wie schnell hast du den Test beendet? Wie schnell ist deine Internetverbindung? Wie schnell kannst du tippen? Wie schnell kannst du tippen? Wie schnell kannst du tippen? Wie schnell vergeht die Zeit? Wie schnell vergeht die Zeit? Wie schnell kannst du dieses Problem lösen? Wie schnell kannst du dieses Problem lösen? Wie schnell hast du das gelernt? Wie schnell hast du das gelernt? Wie schnell hast du das gelernt? Wie schnell brauchst du es? Wie schnell bist du gefahren? 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 Wie bald kannst du hier sein? 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 Wie bald wird es fertig sein? Wie bald kann ich anfangen? Wie bald brauchst du es? Wie bald rufst du mich zurück? Wie bald rufst du mich zurück? Wie schnell hast du es herausgefunden? Wie schnell hast du es herausgefunden? Wie bald können wir losfahren? Wie bald können wir losfahren? Wie bald kannst du das beenden? Wie bald kannst du das beenden? Wie bald kannst du das beenden? Wie bald kann ich mit einer Antwort rechnen? Wie bald kannst du das beenden? Wie bald kann ich mit einer Antwort rechnen? Wie bald wirst du es wissen? Wie bald wirst du es wissen? Wie groß ist dein Haus? Wie groß ist dein Haus? Wie groß ist dieses Problem? Wie groß ist dieses Problem? Wie groß ist dieses Problem? Wie groß ist der Hund? Wie groß ist das Paket? Wie groß ist das Paket? Wie groß ist das Paket? Wie groß ist die Firma? Wie groß ist die Firma? Wie groß ist die Firma? Wie groß ist deine Familie? Wie groß ist deine Familie? Wie groß ist deine Familie? Wie groß ist der Unterschied? Wie groß ist das Projekt? Wie groß war die Überraschung? Wie groß war die Überraschung? Wie groß war die Überraschung? Wie groß ist die Chance? 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 Welche Art von Büchern liest du? Welche Art von Essen bevorzugst du? Welche Art von Job möchtest du? Welche Art von Filmen schaust du? Welche Art von Filmen schaust du? Welche Art von Auto fährst du? Welche Art von Auto fährst du? Welche Art von Auto fährst du? Welche Art von Person ist er? Welche Art von Person ist er? Welche Art von Person ist er? Welche Art von Kleidung trägst du? Welche Art von Kleidung trägst du? Welche Art von Telefon benutzt du? Welche Art von Telefon benutzt du? Welche Art von Sport machst du? Welche Art von Sport machst du? Welche Art von Sport machst du? Wie viel länger wird es dauern? Wie viel länger wird es dauern? Wie viel länger müssen wir warten? Wie viel länger müssen wir warten? Wie viel länger müssen wir warten? Wie viel länger kannst du bleiben? Wie viel länger kannst du bleiben? Wie viel länger brauchst du noch? Wie viel länger brauchst du noch? Wie viel länger brauchst du noch? Wie viel länger dauert der Film? Wie viel länger dauert der Film? Wie viel länger dauert der Film? Wie viel länger kannst du arbeiten? Wie viel länger kannst du arbeiten? Wie viel länger kannst du arbeiten? Wie viel länger bist du noch lernen? Wie viel länger bist du noch lernen? Wie viel länger musst du noch lernen? Wie viel länger dauert der Flug? 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 Wie viel länger möchtest du hierbleiben? Wie viel länger möchtest du hierbleiben? Wie viel länger möchtest du hierbleiben? Wie viel länger dauert der Flug? Wie viel länger dauert der Flug? Wie viel länger dauert der Flug? Wo har ich verrit disturben?